Guten Morgen, liebe Wanderfreunde. Ich befinde mich hier am Zwing, dem Ausgangsfunk meiner heutigen Wanderung. Dabei geht es um den Fagenstein herum. Fagenstein ist ein ziemlich steiler Felsen, dessen Besteigung nur Alpinisten vorbehalten ist. Ich werde mich jetzt auf den Weg machen und einmal diesen Fagenstein ruten. Die Wanderzeit sollte ca. knappe 2 Stunden betragen. Ich werde natürlich wie immer ein bisschen mehr brauchen, denn Filmen und Fotografieren kostet halt ein bisschen Zeit. Auf der Wanderung werde ich mehreren Seen begegnen, darunter die Falkensteinsee und den Zwingensee. Ich bin gespannt, was mich auf dieser Tour so erwartet. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne mich begleiten. Und ich sage mal, wir legen jetzt einfach mal los. Und ich sage mal, wir machen uns. 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 Ich sage mal, wir machen uns. Ich sage mal, wir machen uns. Und 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 wir machen uns. Und ich sage mal, wir machen uns. Ich sage mal, wir machen uns. Wir machen uns. Ich sage mal, wir machen uns. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Es sind viele Sportveranstaltungen statt, zum Eis schneller vor allen Dingen. Und ja, jetzt sieht man mal, wo das hier liegt. Bis zum nächsten Mal. Ich bin hier neben dem Zwingsee. Ich komme nicht dicht, dann zwingen sie heran, weil der See ist Privatgrundstück und natürlich betreten. Das ist verboten. Deswegen gab es nur ganz wenige Eindrücke davon. Ja, man kann sich das ansehen, aber gegen den Kaltensee, das ist natürlich unwichtig. Ich bin hier neben dem Zwingen. Liebe Wanderfreunde, ich befinde mich am Fluss meiner heutigen Wanderung. Da fangen Sie schon in der Rundung. Ich bin gleich wieder am Papa zurück und ich hoffe, euch hat die Wand noch gefallen. Der Weg selbst ist uns schwierig. Möchte man zum Kortensee hinsteigen, muss ein bisschen Wegferdungsgabe haben und cool Schuhwerk besitzen. Der Weg könnte nass sein. Ansonsten lohnt sich auf jeden Fall der Falkensee, besonders wenn es morgen noch ein bisschen dunkel ist und der Nebel, die so hoch steigt. Ansonsten wünsche ich mich Freude, wenn ich mich hier begleite beim nächsten Mal und bis dann.